ja und damit herzlich willkommen zurück im DEV wo Martin schon vor 15 minuten bereit war und äh Quinzel im falschen Spiel ist hallooo herzlichen Glückwunsch die Chaotentruppe ist wieder vereint oh mein ich sag dazu nur die Chaotentruppe ist wieder vereint ach wir machen das ja Blut und Gold ja cool und danach machen wir dann das neue mal gucken ob das wieder ausgeglichen ist beim letzten mal war das ja irgendwie so ja nein das ist wieder ausgeglichen ich hab noch mal ne Frage sehr gut damit ich mir auch sicher bin so wie ist der ausgeglichen ist super ich bin zufrieden oh mein ja Thorsten der weiß nicht beim letzten mal hat das ja ja da war nur einer high ja ja das war echt blöd ja war ich noch na gut bei mir ist noch dunkel so ist das nicht immer dunkel bei dir? geht los auf der Speise steht Mark und Thorsten ne das klingt doch schon mal ganz lecker Thorsten hat noch nichts für der ist noch nicht bereit dich ein bisschen Tomatenmark und ein bisschen Dörst Brot genau Dörst Brot dann geht auch schon zwei Meter mal runter kein Problem jetzt noch mal ne Frage wir spielen jetzt nicht Fallout ne? ne aber warum hast du so ausladende Hüften? Waaah ich finde dieses ich finde dieses Stalken immer beim Start das finde ich widerlich ne? man schaut sich direkt die Taucher an sein Essen wie das runtergeladen man traut sich tatsächlich nicht mal ein bisschen schick raus zu kommen Ja. Oh, du siehst super aus. Ey, Tobi, du siehst super aus. Richtig super. Der warb vor allem, ne? Ja, ja. Das ist richtig geil. Das sieht echt aus wie in Chines. Ach, er sieht ja Kettenschubs. Ich bin super. Aber immer noch. Ich hab Tobi gesehen eben. Ah, da ist noch mal. Es war ein Ableckungsmanöver. Was für ein Ding war das? Ein Ableckungsmanöver. Ein Ableckungsmanöver. Ja, aber der Thorsten war super abgedeckt. Ja, glücklicherweise. Ich hab ihn gerade hier ins Gebäude reinkrachen hören. So, warte mal. Ah, da ist. Das ist normal. Ey, Steve, warum bist du unbewacht? Ah, geil. Ja, wunderbar. So, ich bin ein bisschen unbewacht. Steve. Ich hab schon ungefähr eine Stunde nicht mehr gespielt. Wasser. Ach, Mist. Fast hätten wir den Steve kleinbekommen. Schade. So, mal. Kurz mal. Wie soll ich jetzt hier hin rum? Ihr braucht ihn nicht. Ihr seid stärker ohne Steve. Überlasst ihn uns. D, 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 D. Ich hasse euch. Warum? Ah! Shit. Das sieht ja so sexy aus. Mit deinem Ausland und Bein. So, warte mal. Achso, ist schon heil. Hat Thorsten wieder die Beine gespreizt? Thorsten, ich hab dir gesagt, du darfst das nicht machen. Entschuldigung, Thorsten ist ein normaler Bein. Doch, ruhig ist das okay, aber bitte nicht primisch. Verstecken sich da hinter dem Stil? Was finden Sie euch? Das stimmt gar nicht. Moment, warte, 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 warte. Warte, ich hab gerade einen Bohr ausgelöst. Ja, alles gut, alles gut. War doch noch gar nicht fertig. Naja, das... Ich auch nicht, aber... Oh, was das? Ich hab so einen komischen Bikini-Beinstümpfe. Komischen Bikini-Beinstümpfe? Hä? Was für eine Aussage? So, das geht nicht? Okay, alles mal. Das geht auch nicht so gut. Das... vielleicht. Ja, das vielleicht. Ich war doch noch gar nicht fertig mit Schießen. Vielleicht. Der Körper bewegt sich übrigens noch. Okay. Aha. Ich hab mir die Augen ausgestockt. Das ist keiner sonst. Der Nächste bitte. Das habe ich auf dich geschaut. Oh, du bist aber ein Schicker. Stopp. Ein schöner toter Heide. So. So. Der mich an den Rand meiner Existenz. Hehehe. Ich muss noch kurz hier woanders hin. Mal gar nicht kurz, aber nur. Wo denn? Das ist nicht so wieder. Das muss ich selber gerade ziehen. So. Hey, wo ist denn das? Ja. Ach, wenn es tief und zwischendurch die Kultung der Kilder ist, dann weiß ich nicht mal mehr. Die. Ey, das ist tief. Das sind keine Kulte mehr. Ah, ich kacken. Da. Da. Kriegen. Ah, das Ding ist fast zu schlau. Was gehört mich? Was gehört mich? Mach ich was gehört mich? Ah. Verdammt. Ah. 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 Das Ding ist fast zu schlau. Ah, was geht's. Ah, wir haben fast das Ding zum Schlau gezogen. Aua. So fast. Ah. Ah. Das ist scheißegal. Bleib stehen, bis du repariert bist. Bleib stehen, bis du repariert bist. Dann bist du repariert bist. Steh, steh, steh. Steh, steh. Steh, steh. Steh, steh. Steh, steh. Was ist das? Weißer! Ah! Ich weiß nicht, ich knabber was. Jojo knabber, knabber an seinem eigenen Schuh. So. So. Was macht der denn da oben? Stammt, ey! Was ist denn da oben? Ich hab mir einen Granatwerfer holen wollen. Da oben haben einen Taucher nichts zu suchen. Was ist das, ey? Mit dem Automatischen gefützt. Ihr wisst schon, dass ihr gar nicht zu zweit angreifen dürft, ne? Batsch! Steht wo? Wo steht das? Das ist verboten. Sagt wer ab. Wieso bin ich schon wieder verstorben? Ach, der Leichnam hat sich noch vorwärts bewegt. Das ist gut. Ich hab noch ein bisschen gezuckt. Ja, das... Das kennt man nicht. Da war ich so langsam. Ach Tobi, was soll ich dazu sagen? Ja, ja. Oh verdammt! Psycho-dead! Psycho-dead! Ah! Danke, Pat! Psycho-dead! Psycho-dead! Ach, der eine kotzeigle aus, der andere ist dann auch. Ja, ja. Ganz schlimm. Immer doch. Immer doch. Kennst du doch. Ja. Cool. Ja. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, legt ein Schlitzel drunter. Stimmt. Wieder Schlitzel. Wecker. Ey. Der ist aber grad ziemlich... Na gut. Löst immer die Falschmaß. Löst mich. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ah! Werdest du langsam. Oh! Ich fahr das lieber. Ich hab kaputt gemacht. Nein. Du solltest das gar nicht kaputt machen. Das soll heil bleiben. Aber jetzt ist das kaputt. Aber das war ein Versehen. Also ich wollte da ran vorbei spielen. Dann ist es nicht so schlimm. Ich wollte da ran vorbei spielen. Dann ist es nicht so schlimm, wenn du das nicht wolltest. Dann ist alles gut. Der Berax hat was getrunken. So cool. Aber interessant. Thorsten und ich, wir haben mehr Punkte als wir beide. Ja! Komisch. Das macht gar keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn, oder? Oh Mann, nun gönnt mir das ja wenigstens. Doch, das macht Sinn! Schau mal. Wir haben alle dasselbe bekommen. Aber wofür? Er war Teil. Okay. Und nix mehr. Ne, in dem Fall hab ich 14.000 Punkte. Tobi hat 10.000 irgendwas. Du hast 11.000 irgendwas. 10.000, ja okay. Ja, aber nix okay. Nix ist okay. Nix ist okay. Nix ist okay. Nix ist okay. Das kann natürlich sein, dass jemand auf die Brille gespuckt hat. Ne, das kann ich nicht. Das muss man sauber machen. Ich glaub das hilft nicht bei falschen Bläsern. Okay, nächste Runde. Okay, nächste Runde. Nein, ah Mist, nein, 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 nein. Nur wenn die Brille schmutzig ist. Wenn wir jetzt noch mal in Blut und Gold reinkommen, dann müssen wir das noch mal beenden. Und dann... Ja, wir können doch auch... Wir können doch auch einmal Spermerboot und Gold machen. Ja gut, das können wir auch. Wenn ich am Anfang... Ja hauptsache wieder andere Haie, weil sonst wär's echt blöd. Ich will Sam Haie. Ja, das läuft ja jetzt per Zufall. Das ist ja... Also das wär echt doof. Du, du, Gold, alles da. Also man könnte sagen, das ist in der anderen. Also man könnte sagen, das ist in der anderen. Ich mag Rot und Gold. Oh, okay, ja. Ja, cool. Gut, dann gewinn ich jetzt mit Mark. Das ist schön. Hab ich auch mal ein Erfolgsverlebtes. Sehr schön. Achso, ich bin ja... Wenn der Klingel seine Präferenz von Taucher umgestellt hätte, wäre er vielleicht auch mal Hai. Ja, das kann sein. Bei Martin hab ich noch gemerkt, du bist als Hai, du bist als Hai. Ja, 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 ja. Ja. Thorsten sag ich nicht. Aber ich finde, das geht mit dem Klingel kaputt machen. Können wir das nicht lassen? Du bist echt einer, Markel. Bitte was? Können wir das nicht lassen mit dem Steve kaputt machen? Ja, okay. Ja, okay. Können wir lassen. Ja, okay. Sonst gewinnen aber immer die Taucher, ne? Ja, ich finde das aber... Ja, gut. Wir können es lassen. Von mir aus. Aber eigentlich ist es ein Element, ne? Ja, 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 ja. Aber... Ja, ja. Ja, ja. Und wenn die super stark sind, dann haben wir voll die Nachteile, wenn wir Steve nicht angreifen. Ja, ja. Gucken wir. Ja, okay. Wir entscheiden, dass wir nicht spielen. Voll unfair. Ja, wir entscheiden, dass wir nicht spielen. Ich möchte das mal ausdiskutieren. Ja, ja, genau. Jetzt kommt die andere mal raus. Findet sie? Mhm. Schau mir in die Auge. Käpt'n Schubs. Mach ich gerade. Boah, das ist so geil. Ich kann mir vor wie so ein Stalker, ne? Wirklich so. Ja, aber... Warte, das ist so geil, ey. Ich beobachte euch. Jetzt weiß ich, wie sich deine Böbel fühlen. Ja, genau. Ich erwarte Höchstleistung. Was erwartest du, Anne? Ja, warte Höchstleistung. Tobi, was du erwartest? Was erwartest du, Anne? Was du bekommst? Das ist schon... Am Thörsten. Das kann doch ja unterscheiden. Ja, sehr gut. Und rein da. Bin schon dritten. Hä? Da ist schon einer. Sehr gut. Wer ist das? Ach, das ist du. Jetzt ist hier niemand. Jetzt ist hier niemand. Dann hätte ich schon mal ein bisschen... Wenn hier keiner ist, dann ist der Thorsten woanders. Dann ist er. Warte mal, ich hab'n da gerade... Ach, da! Da versteckt er sich nach oben. Gar nicht wahr. Ach, ne. Wo ist denn... Wo? Ach, da hinten. Er sammelt. Gold, das Rotkäppchen und der Volvo. Sammel ruhig draußen, Käppchen. Ich war doch noch gar nicht fertig, Mann. Ihr seid... Schlimm. Marc. Ich werde mich rächen. Boah, ich hab's fast zerstört. Ich hab's fast zerstört. Ich hab's fast zerstört, Anne. Du hast echt gut gehabt, Doc. Ich hab's fast... Ganz, ganz knapp. Aua. Sehr fast. War was? Ich werde deinen Körper noch ausweiden. Okay. Meinst du, das grüß dich? So. Aber verfang dich nicht mit meinen Settakel. Aber gut. Dann lassen wir erst mal Steve in Ruhe. Machen wir erst mal so. Ja, aber wenn die immer so dichter ist Steve rum... Ja, aber echt. Ey. Ich würde sagen, ich möchte das vielleicht mal ausprobieren. Das wäre das erst mal egal. Okay. Wie schön sie doch geschrien hat. Nice. Als ob's noch im Klo sitzt. Ja, ja. Wirklich. Ja, ja. Was ist das Ding? Ich soll grad Geld nehmen. Oua. Und dann... Warum stöpst du nicht vorher? Weiß ich nicht. Da hatte ich keinen Bock zu. Völlig unrealistisch. Beim weißen Hai war das anders gewesen. Alles stimmt. Der ist gut. Der war ja auch ein bisschen größer, ne? Alles stimmt. Da hat man... Da hat der Hai ihm eine Chance gelassen. Das ist Gold einzusetzen. Fynn, sie bringen mal ein bisschen Geld nach Hause. Machen wir doch. Das wird immer ab. Boah, ich hab noch auf den Leichnam geschossen. Boah, ich kann noch weiter mich bewegen. Mit meinem verstümmelten Körper. Boah, das geht noch. Ich kenn meinen Dienstplan. Das geht mit meinem verstümmelten Körper. Kann ich noch... Ich kann überleben. Boah, ich kann mit meinem verstümmelten Körper überleben. Wow. Warte jetzt. Ich bin schwer verletzt. Ihr dürft mich gar nicht mehr angreifen. Wo ist Steve? Wo ist Steve? Wo ist Steve? Steve? Ich meine, ich sehe... Wenn ich mich jetzt hier hinlege, dann müsste ich eigentlich tot aussehen. Ich dachte... Nein! Nein! Ich bin hier! Wo ist Steve? Wo ist Steve? Ich bin hier! Das ist ein... Martin! Hier muss er. Alles da. Oh Mann, das ist lustig. Hatta! Oh! Oh, da ist Steve. Okay. Der Tobi hat sich fast was Neues gekauft. Okay. Sag mal, bleibt das... Der Halt habe ich nicht. Das hat sie aber schnell angeht. Das hat sie aber schnell angeht. Nein, nein war es nicht. Nein, nein war es nicht. Aber das... Geht! Stimmt! George, der hat sich immer aggressiv... Aggressiv. Ich habe ihn eingeklemmt. Ich bin doch zu fett für dieses Spiel. Noch kannst du schwimmen. Jetzt! Du kannst mit den Stümpfen... Er bewegt sich mit den Stümpfen noch vorwärts. das geht das geht noch mit den Stümpfen kann er noch schwimmen verdammt das muss gehen ich hatte die schon ich schieße ja dein Kadaver immer noch hab ich sowas verdient nein du bist ja sonst in anderen Games bist du ja ein sympathisches Kerlchen aber hier muss ich sagen naja geht so das war's komm mit deinen Stümpfen kannst du noch weiter schwimmen los tu nicht so schön yeah ging ja dann doch recht plott wir haben gewonnen ich hab einen Schatten du hast das Ding zerstört oder? ne ich hab Gold gefunden das geht aber echt schnell runter ich bin auf meinen Stümpfen weiter geschwommen sehr gut ach tatsächlich vorhin hab ich auf die falsche Zahl geguckt das sind tatsächlich die Schadenpunkte wo ich jetzt mal aufgeguckt habe sorry war's gut war's gut wir haben gewonnen yeah so schön und ihr werdet es nicht glauben diese Folge wird sogar ein bisschen länger wir hängen noch die neue den neuen Modus noch mit dran sehr gut wer sollte eigentlich gerade kommen ja jetzt geht's los jetzt geht's los juhu jetzt geht's los yeah jetzt stopfen wir den Ozean ins Chaos der Quintz hat jetzt noch überhaupt keinen Plan der Martin nur so ein bisschen also Martin weiß bisher nur dass er nichts machen muss genau richtig ja ja weil das ist total lustig Thorsten wir sind da reingegangen ins Spiel und wir hatten gar keine Gegner das war so lustig das war mal gucken wie das jetzt ist das war die Thorsten das war die Jamaika Schwierigkeit weißt du einfach ah abhängen weißt du kein Stress kein Ärger ah guck aber warte 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 Mark das müssen wir jetzt immer noch nicht komisch wir sind alle in einem Team das ist ja bescheuert was ist das denn das ist ja seltsam ich glaub wir brauchen eigentlich 8 Leute ich bin doch 5 das sind wir immer noch zu wenig oder was ne ne steht da extra mit 5 klappt es nicht ja ok dann müsste es ja mit 4 klappen ja mal gucken eigentlich schon ach das kann gut sein das kann gut sein oder du musst irgendwo einstellen 2 gegen oder es ist 4 gegen 4 Bots 4 gegen 4 Bots 4 gegen 4 Bots ich hab extra gar keine Bots das hatten ja letztes Mal auch keine Gegner ja ja stimmt ich hab die auch haupt geschildert